Das Gasthaus zum Nassenhadern Zieglergasse, 7. Bezirk, Neubau In der Zieglergasse im Schottenfeld stand früher ein Gasthaus, das bei den Arbeitern und Handwerkern der Umgebung sehr beliebt war. Die Gäste wurden von einer freundlichen und umsichtigen Markt bedient, der allerdings auch recht grantig werden konnte, wenn man sie allzu sehr ärgerte. Eines Morgens schrubbte die tüchtige Bedienerin gerade den Boden der Gaststube, als drei bewaffnete Soldaten mit lehmverschmierten Stiefeln hereinbeuterten. Los, bringen uns ein Bier, befallen sie mit Barscherstimme. Ha, aber da kamen sie bei der Markt an die Richtige. Fällt mir ja gar nicht ein, rief sie entrüstet. Habt ihr überhaupt kein Kerzi? Erstens ist bei uns noch zu, und zweitens boten sie bei uns die Schuhe krab, bevor man ins Haus kommt. Ah, wir sind da sonst dreckig, höhnte der erste Soldat und stammte absichtlich mit den Füßen, sodass der feuchte Lehm nur so spritzte. Und Bier, willst du uns auch keins geben? fragte der zweite lauernd. Na ja, dann werden wir uns einfach selber bedienen, ha, sagte der dritte Soldat und ging hinter die Bordel. In diesem Moment war das Maß endgültig voll. Die Magd tauchte blitzschnell ihren Wischfetzen in den Schmutzwasserkübel und schlug den Soldaten den nassen Hodern rechts und links um die Ohren. Mit dieser Wunderwaffe hatte sie die drei Gesellen im Nu aus der Gaststube geprügelt. Trief nass und fluchend suchten sie das Weite. Als die Magd schnaufend vor Empörung zum Gasthaus zurückkam, stand der Wirt in der Tür und bog sich vorlachen. Ha, 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 ha Sagt er was? Die Markt ließ sich neugierig vors Tor führen, an dem ein nagelneues Wirtshausschild hing. Gasthaus zum nassen Hadern. Von diesem Tag an war die Gaststube noch besser gefüllt als zuvor, weil sich die Gäste immer und immer wieder die Geschichte dieses ungewöhnlichen Namens erzählen lassen wollten.